Die 24 Stunden sind vorbei, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Siegerehrung und versuchen dazwischen so viele Stimmen wie möglich einzufangen. Wir gratulieren aber schon jetzt allen, die hier dabei waren, ganz herzlich. Es ist einfach der Event im Sommer, den wir hier am Zauberberg etabliert haben vor acht Jahren und es ist mittlerweile ein wunderschönes Familientreffen alle Jahre und wir sind sehr glücklich, dass wir es jedes Jahr wieder schaffen. Toller Event, tolle Stimmung, unheimliche Durchhalte und Ausdauer von unseren Teilnehmern. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ich bin müde, ich habe Hunger, ich brauche ein Bier und ich bin überglücklich, dass das Rennen vorbei ist. Weißt du eh, dass du noch wie aus dem IGP-L da schaust? Du schaust, wie wenn es nicht gestartet warst. Du kannst ziemlich schlecht liegen, aber danke. Geht sehr gut, ich habe mich gut darauf vorbereitet und absolut, es hat ja hier Spaß gemacht. Also ich fühle mich jetzt 40 Jahre ringer, muss ich sagen. Tolles Publikum, tolle Veranstaltung, eine Stimmung hier, das kann nur jung bedeuten und Kraft schöpfen wieder. Danke, es war super. Und ich möchte auch mindestens die 10 mal voll machen und dann schauen wir weiter. Ja gut, erleichtert es, dass Raum noch durchgegangen hat die letzten paar Runden. Ich habe gewusst, wenn ich smooth durchfahre, dann bringe ich das ins Ziel und das ist genau so war's. Was Sie gesagt haben, die fahren ja um Mitte noch genauso narrisch, wie er es angefangen hat. Und das zeichnet diese Sportler aus. Die geben nicht nach, die fahren diese 24 Stunden voll. Für diese Leistung herzliche Gratulation. Kommen Sie weiter am Semmering, bevölkern Sie mit Ihrem Sport weiter unseren Hirschenbogel. Kommen sie ab. Wir fangen zusammen mit ihnen an! Gutenоже speaks, dass wir schon bei Huntington uns süss. Ich möchte das extra Noche- Arctic Scholarship machen geben. North Long Island массEN. Willkommen sie! Nämlich! Vielen Dank.